So, wir haben jetzt alles fertig gemacht, jetzt geht's los. Gucken wir mal, mit einem schicken Turnier-Outfit, in gelb, alles in gelb mal wieder. Jetzt geht's zum Abwarten. Hier sieht aus, als hätte er solche Löffel wie Kantalia. 53, 69 die gerittene Zeit und vier Strafpunkte für Hannah Fromm und Bingo Boy Z. Es geht an den Start für den Reit- und Fahrverein Altenbach, China-Rendt und Kabun. Doch ich schaffe es mal, mein Mann, ein Wunder, das man erlebt hat. So, wir haben jetzt ein Wunder. Das ist ein Wunder. So wie ein Wunder, ein Wunderbrunnen in meinem Leben. So wie ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderbrunnen auch mal zu leben. Ich hab versucht, sie zu vergessen, doch ich schaffe es einfach nicht. Mein Mann ist ein Wunder, dass man nicht hat, wer verliert. So wie ein Wunder, ein Wunder, ein Wunderbrunnen in meinem Leben. So wie ein Wunder, ein Wunder, ein Wunderbrunnen auch mal zu leben. Kabun ab an die Spitze, fehlerfrei, 41,11 Sekunden. So, wir sind fertig. Also jedenfalls mit der ersten Runde. Bummi macht jetzt Mittagspause. Wir auch gleich. Und wir sind noch Vierter geworden im Aschbring. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Wartezeit. Und dann kommt nachher noch ein Einsterner Aschbring. Mal gucken, wie das läuft. Bin ich voll gespannt. Ja, jetzt warte ich gerade auf die Ina. Bummi, nehm ich gleich den Bummi. So, im Hintergrund sieht man noch die Ina da rumwürsen. Die kommt jetzt gleich mit so einem Bummi. Ich hab mich nämlich gerade noch schnell Bummi lassen. Wird wohl ein fettes fürs Arschbring. Und jetzt wird Bummi doch gebumert. Weil so eine lange Pause, da hat er sich auch mal so ein bisschen was zu entspannen. Ja, sie kommt jetzt gleich mit der Zeug zusammen. Und dann kriegt Bumsi die Decke drauf, bis wir dann unsere eigene haben. Ja, gucken. Bummi! Hey Kumpel, machst du gerade Mittagspause? Na, Mittagsschliefchen? Hey, du Hübsches. Wer ist Vierter am A geworden? Wer ist Vierter am A geworden? Du bist Vierter am A geworden. Du bist so toll. Du bist so toll. Ja, es hört sich. Hier noch alles schick. Alles drin, alles dran. Ja, was ja, hast du nichts getrunken, du Zackgeschicht? Du musst trinken. Trinken. Nicht nur, wenn ich da bin. Auch wenn du alleine bist. Trink. Trink. Ja. Genau. Ja, jetzt kommt die Sardina her. Danach gehe ich wieder mit vor. Dann werde ich vielleicht mal Mittag essen. Mal gucken, wie weit die da sind. Und dann haben wir immer noch ewig Zeit. Alter Fall, da haben wir heute viel Zeit. Aber ist okay. Ich reite nachher noch das eine. Ah, ein Stern und spring. Das wird schön. Das wird witzig. Hey, Bumms. Tschüss. Tschüss du. Komm ruhig her. Bummi-Bär nicht ins Bild laufen. Nein. Und ich bin nicht fotogen. Kommst du drauf? Ich muss vorher Bescheid sagen, dass ich den Bauch einsehe. Ach, Quatsch. Hi, Bumms. Oh, Pumms. In der Augen sind so stark auch der vor Anderer. Haha. Komm, komm, komm. Aber wenigstens passt da auf. Ja, irgendwas war nicht. Nein, da soll ich auch mal die Beine vertreten. Und Anna meint dann, sie muss putzen. Jetzt musst du nochmal richtig sauber bums. Hallo. Hallo. Geht an den Start mit Cargo Rimmel für den Reit- und Fahrverein Altenbach. Geht an den Start. Das war's. Und damit setzt sich Tina Wendt erst einmal an 2.3.2.9, die gerittene Zeit, fehlerfreie Runde. Der war super. Der war megageil. Der war an, der hat mitgedacht, der hat gewendet. Der war geil. Schön. Und du? Zufrieden mit euch? Was soll ich denn anders sagen? Sonst darfst du nicht mehr mit? Ja. Nein, du darfst nicht mehr mit. Heute war schön. Ich komm gern wieder mit. Hab ja Zeit. Das macht Bumi, Champion-Pferd. Hallo. Hallo Bums. Guten Tag. Guten Tag. Der frisst es lieb. Ja, das ist dein Leben. Ja, wollte ich auch grad sagen. So lange heute er ist, ist alles gut. Ja. Alle glücklich und zufrieden? Ja. Schleifen gehen wir dann abholen. Ja. Dann müssen wir warten jetzt, bis das zweite Spring vorbei ist. Dann müssen wir erst ein Ergebnis einpflegen und dann... Gibt's Schleifen. Gibt's Schleifen. Wenn überhaupt, aber doch. Ja, ja, doch. Schleifen gibt's. Also eine hier auf jeden Fall. Ja. Vom Vohin, vom Zwisterner und ein bisschen bis hier hin. Ja, jetzt gehen wir noch M gucken. Ja. Ja, weil bis dahin ist dann auch das A-Fekt. Ja. 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 Bumi. Bumi. So, vielleicht darf ich mal Steffi noch bei Ihnen essen. Haha. Haha. Oh, da ist er. Hattepum. So, trinkst du mitnehmen? Du. Tschüss. Natürlich. So. Bumi, willkommen bei Ihnen. Ist das Auto schon noch gut? Ja. Ich hab's Handy, ich hab Geld und was zu trinken. Sehr gut. Hallo. Auch so, wandel rum. Haha. Ich schau, da hast du. Ich hab 22.000 genug. Ich müsste jetzt mein Handy für rausholen. Ist grad gut verstaut. Ist das schön leer hier oben? Ja, ne? Nur noch die Profis da. Ja, ja. Nur noch die Profis. Profis aus dem A, die Profis aus dem A. Hahaha. Das bleibt. Ich muss mit Ihnen leben. Scheiße. Es ist durch. Ja, ich muss welche hier obenволen. Untertitelung des ZDF, 2020